Der 150 mm digitalen Messschieber besticht durch seine leichte Ablesbarkeit über das Digital-Display und dieses und alle weiteren Details schauen wir uns jetzt im Detail an. Um den Messschieber sicher aufbewahren zu können, wird er in einer stabilen Kunststoffbox geliefert. Der Messschieber lässt sich einfach über die Off-On-Taste einschalten, hat eine Nullstellungstaste, die über die komplette Bandbreite des Messschiebers funktioniert, also ich kann auch einfach an einem von mir frei gewählten Punkt eine Nullstellung einstellen. Zudem kann ich die Millimeter auch in Zollmaße umwandeln lassen, somit zeigt er mir permanent auch Zollwerte an. Dann kann ich wieder zurück switchen zu den Millimetern. Für die Feinjustierung habe ich eine Rollenverstellung und ich kann selbstverständlich den Messschieber auch auf jeder gewünschten Position festsetzen über das Stellrädchen hier oben. Geeignet ist der Messschieber zur Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung. Auf der Rückseite befindet sich noch eine Gewindetabelle. Gefertigt ist der Messschieber aus rostfreiem Stahl und eine zusätzliche Batterie gehört bereits zum Lieferumfang.